Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und heute gibt es mal ein Video aus ungewöhnlicher Perspektive zum Thema Windows 10. Denn Windows 10 läuft jetzt hier aktuell auf meinem Asus ROG Notebook und ich habe hier neben mir die Xbox One samt Monitor stehen. Und da geht es ganz einfach darum, dass man mittlerweile die Xbox One und den PC verbinden kann, um die Spiele von der Xbox zum PC zu streamen. So, jetzt mag sich vielleicht der ein oder andere denken, was soll das überhaupt? Warum sollte ich auf meinem Gaming-PC eventuell leistungsschwächeres Material von der Xbox One rüber streamen? Das ist natürlich jetzt erstmal ein Faktor, dass ihr einen starken Gaming-PC haben müsst, der besser als die Konsole ist, um auf diesen Punkt zurückzusprechen. Es könnte ja auch sein, dass ihr einen etwas älteren Rechner habt oder so und dann sagt, Mensch, okay, ich hole mir das Gameplay von der Xbox an meinen Monitor rüber, wo ich eh am PC sitze und spiele. Des Weiteren haben das viele Leute angebracht, dass sie zum Beispiel gesagt haben, Mensch, ich habe die Xbox im Wohnzimmer stehen, also eigentlich so da an der Couch und so weiter und so fort. Und wenn die Freundin da vielleicht gerade mal Fernsehen guckt, kann ich aber nebenan am PC immer noch meine Xbox-Spiele spielen, ohne das irgendwie abzubauen, wie auch immer. Oder der eine hat gesagt, Mensch, im Kinderzimmer und hier und da und so weiter und so fort. Ein wesentlich wichtigerer Rund, der mir jetzt als YouTuber sofort eingefallen wäre, ist natürlich in dem Moment, wo ich das Gameplay 1 zu 1 auf den Rechner, aufs Notebook, auf den Desktop-PC streamen kann, dann habe ich dann natürlich auch die Möglichkeit, auf diesem Rechner das Gameplay aufzunehmen, ohne jetzt beispielsweise eine Capture-Karte dazwischenzuschalten. Jetzt ist es ja auch immer so, dass die Konsolen heutzutage wie Xbox und Playstation einfach Funktionen haben, mit denen sie Gameplay aufnehmen können, die halte ich aber jetzt aus, ich sage jetzt mal wirklich in Anführungsstrichen, aus professioneller Sicht eher so für so ein bisschen, naja, es sind halt so Gimmicks, es sind so Features, du kannst Gameplay aufzeichnen, du hast aber jetzt nicht so viele Möglichkeiten, wie man sich das vielleicht als Vollzeit-Youtuber oder Teilzeit-Youtuber wünscht, wie auch immer. Und dann wäre es ja natürlich eine Sache, okay, ich streame das auf meinen Rechner und nehme dann eigentlich so klassische Programme, sei es Fraps, sei es Merilis Action, DxTory oder was weiß ich, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten und kann dort dann ganz einfach und günstig mein Gameplay capturen. Und viele haben mich gefragt, Mensch, wie bist du mit Windows 10 zufrieden? Und vielleicht erstes Zwischenfazit wäre mal, während ich hier die Xbox-App am Notebook öffne. Mir gefällt es richtig gut, es läuft auch relativ rund, es ist aber nicht so ganz so problemlos, wie man das immer wieder liest. Also es gibt doch den einen oder anderen, der sich da ein ganz klein bisschen mit schwer getan hat und so war es bei mir auch. Also ich habe zwei Installationsanläufe gebraucht, dann war es aber wirklich perfekt drauf. Und ich habe, ich sage jetzt mal, eine Handvoll Programme gehabt, die ich neu installieren musste. Das fing bei mir mit einem Videoschnittprogramm an, was sich einfach jedes Mal aufgehangen hat. Das habe ich dann deinstalliert und, hallo Frank, konntet ihr ja gerade sehen, hat sich schon verbunden, was ich einfach neu installieren musste. Ich habe bei der Xbox-App ein bisschen länger gebraucht, bis ich beide im gleichen Netzwerk hatte, musste die IP von der Xbox manuell eintragen, hatte nicht automatisch erkannt und so weiter und so fort. Aber wenn das Ganze verbunden ist, dann gibt es hier den Stream-Button und das streamt jetzt hier momentan auf, verbunden ist es schon, das streamt jetzt hier momentan auf höchster Auflösung und jetzt habe ich einfach die Möglichkeit, den Xbox One Controller eben dementsprechend ans Notebook anzuschließen. Was ich jetzt mal einmal machen werde, das wird dann einfach mit USB-Kabel angeschlossen. So, one take, eine Aufnahme für euch. Ich glaube, mit einem Wireless-Adapter soll es im Moment noch nicht gehen, das kann ich gar nicht so sehr beeinflussen und sagen. Das sollte jetzt hier aber eigentlich gleich umswitchen, hoffe ich. Doch, hat doch eine Handvoll Sekunden gedauert. Jetzt könnt ihr sehen, jetzt habe ich halt ganz einfach eins zu eins das Ganze aufs Notebook gespiegelt. Und dann ist natürlich immer die Frage zum einen, wie groß ist die Zeitverzögerung? Und das kann man eigentlich ganz schön checken, indem man zwischendurch mal so Pause drückt oder sowas. Jetzt hier bei dem Sachen vielleicht noch nicht, aber ich blätter hier mal ganz klar ein bisschen durchs Menü. Da könnt ihr vielleicht sehen, ob die Fenster beispielsweise gleichmäßig hin und her rutschen oder solche Geschichten. Also da kann man schon so ein bisschen so eine Synchronität erkennen oder nicht. Und das sehen wir jetzt vielleicht gleich auch mal, wenn man ein Spiel startet. Also was definitiv funktioniert, ich starte mal die Forza-Demo. Was definitiv funktioniert, ist, dass man auf dem Notebook spielen kann. Also da gibt es irgendwie kein Vertun, das geht tadellos. Die zeitliche Verzögerung ist im Millisekundenbereich, vielleicht für Ego-Shooter jetzt nicht ganz so optimal. Bei Racing spielen jetzt vielleicht auch noch ein ganz klein bisschen fragwürdig. Ich sage jetzt mal, aber bei normalen Action-Adventure-Games, sei es jetzt sowas wie Tomb Raider oder solche Geschichten, die kann man da drauf tadellos spielen. Also da kann ich wirklich sagen, das funktioniert ohne Wenn und Aber. Schwieriger wird es allerdings, weil die wiedergegebene Qualität schon ein ganz klein bisschen schlechter ist, als wenn ich das jetzt über eine Capture-Karte mache. Im Grunde genommen, das sind so Feinheiten. Also wenn man jetzt zum Beispiel, das könnt ihr jetzt leider dort nicht sehen, vielleicht mache ich mal eine Testaufnahme. Aber wenn ich jetzt vom Monitor so dieses Drücken-Sie-A zum Starten und hier das Drücken-Sie-A zum Starten auf dem Notebook nehme, obwohl das Notebook jetzt ein 17-Zoll-Notebook ist, dadurch eigentlich ein bisschen knackiger, ein bisschen schärfer aussehen sollte, ist es jetzt insgesamt, wenn man es genau betrachtet, einfach ein ganz klein bisschen weicher. Funktioniert aber durchaus. Wer jetzt keine Möglichkeit hat, beziehungsweise sagt, Mensch, ich will nicht direkt auf eine Capture-Karte zurückgreifen, da kann man wirklich sagen, okay, dann kann man das machen. Ja, das ist gar kein Thema, gar kein Problem. Einstellung, hellig, ja, bla bla bla. Jetzt hätte er mal schön einen Trailer abspielen können, oder? Das wäre vielleicht für uns interessanter gewesen, damit ihr das mal hättet ein wenig vergleichen können, auch wenn die Monitore jetzt spiegeln mit den Fotolampen, die ich hier stehen habe. Mein erstes Fazit ist auf jeden Fall, Streamen funktioniert. Ich finde es sehr gut, dass man die Xbox One und den PC koppeln kann, weil also ich persönlich habe auch einfach Konsolenspielerfreunde, die nicht am PC spielen und mit denen ich dann so einfach in Kontakt bin über dieses Xbox-Fanster, über dieses Chatmanster. Ich muss nicht zwingend immer an der Xbox sein und so weiter und so fort. Ich finde, das Streamen ist eine coole Sache. Auf höchster Stufe hat es nicht die perfekteste Qualität, wie es jetzt mit einer Capture-Karte erreicht wird. Aber es reicht zumindest. Ich sage jetzt mal, wenn man was aufs Tablet kann man ja auch streamen, man kann sich die Spiele aufs Tablet streamen. Oder wenn man mal sagt, Mensch, weißt du was? Ich lasse Xbox und Fernseher stehen und setze mich mal an einem schönen Sommerabend irgendwie auf den Balkon mit dem Notebook und spiele da mein Xbox-Game oder so. Dann fände ich das nicht schlecht. Ja, was ihr davon haltet, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare da lassen. Ich wollte nur mal so ein erstes Roundabout raushauen, was ich davon halte, wie ich das finde und so weiter und so fort. Ich finde es nicht schlecht. Ich lasse euch das noch ein bisschen laufen. Ich mache mal Licht aus vorne. Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen mehr so die Verzögerung checken. Einfaches Ding. Mal Pause drücken und dann seht ihr, inwiefern die Bilder versprungen sind. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock drauf habt, Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal.